Musik Musik Da lag Geld Was für ein Geld Auf der Strasse Ja auf der Strasse liegen wir Leichen die ganze Zeit Wenn wir dabei oben fährst mal Du musst einmal nur hier lang fahren die ganze Strasse von oben bis unten von der Map Einmal lang fahren und du wirst bestimmt keine Ahnung 5.000 oder so Für ganze Leichen hier liegt das Geld ein Sondern naja wahrscheinlich gehst du auch drauf dabei Soll ich einmal mit einem Kanonenrohr schießen Ja Oh das ist doch noch weg geflogen alter Was auf dem Dach ist das jetzt Und ich habe 22 Schuss und ein Wechselmagazin Wer weiß was in dem ein Wechselmagazin noch so viel drin ist Kaufen sich auch noch schöne Dinge Teile, Munitionskits Dann können wir alles zerficken, zerbeiten Für Martin ist auch noch schön Platz Für Maschinengunner falls er stirbt Du mein Helikopter Ich kann noch 2 Stunden spielen Ja aber wir müssen aufpassen hinten bei uns kann nichts dran kommen Ich bin so schnell mit der Gun Ja ich sehe die Fester Den Heck hinten wenn wir da rein kriegen Dann sind wir kaputt wenn eine Rakete rein stieg Oder hinten an Turm Wenn eine Rakete kommt drehe den Turm bloß nicht weg Immer schön drauf gucken Auf die Rakete Warum? Und dein hintere Teil vom Turm also das was du da oben drehst die ganze Zeit Der ist richtig anfällig Also falls eine Rakete kommt soll ich da weg drehen oder nicht? Genau drauf gucken Du musst einen Probeschuss machen mit einem G Und dann schießen wir mit einem Raketen-Werfahrer Der fahr links Ich fahr hier auf den Hügel dann kannst du da rein gucken Du kannst die Base jetzt sehen Du kannst die Base sehen LOL eingetötet Wartet auf mich bitte Ja wir sind doch hier Ich lande im Wasser Aber du hast doch den ganzen Bunker von denen kaputt gemacht Alter wie weit hast du geschossen da rein? Einmal geschossen gleich Volltreffer Junge Kann ich am Gunner? Da ist noch einer Du kannst an Ja du kannst oben ich bin dort den Fahrer Fuck Alter der Hubschrauber steckt im Wasser fest Ich hab noch einen getötet ACHTUNG RAKETE ACHTUNG RAKETE Jetzt keine Rakete Ich hab geschossen meine ich Ich weiß Du hast schon wieder einen gekillt Ja Scheiss Earing ne Darrell Ja ich weiß Ich weiß Guck mal Darrell ich kann sogar rausgucken oben Das werde ich nicht machen Weil du kapierst den nur Boah das ist voll lange nehmen Leute ich bin genau in dem Kanonenrohr drin Mach mal der Kanonenraum ein bisschen anders Siehst du meinen Kopf? Mach der Kanonenraum mal ein Stück zur Seite Darrell Siehst du meinen Kopf da unten? Ich hab noch einen Repair-Kick mit ne? Ja Darrell wenn du dein Ding da dran machst dann kann man mich sowieso nicht sehen Ich geh mal wieder rein Ja 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 gut 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 Ja was soll ich machen soll ich noch eine Rakete auf den Bunker schießen? Links ist ein Fahrzeug irgendwo siehste Ist da markiert Auf dem Radar Ich hau mich jetzt in Gander und dann fahren wir vor Das ist ein feindliches Fahrzeug wenn du kaputt machst dann zählt das auch und dann wirst du auch Corporal Stell uns mal Warte 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 An Commander sitzt musst du gehen Ich kann gar nicht Andere Seite Ja Und so Martin läuft bei mir weg Ah jetzt ist Martin wieder da Guck mal den ersten You spinn me right round Fuck Fuck wie weit ich schießen kann alter ich hab nen Zoom Ja ich war gerade schon dran Darrell war auch schon dran Du kannst aber keinen Z-Wing einstellen ne? Ja egal aber Darrell guck mal links am Radar zu dem Fahrzeug Und am Radar musst du gucken wer ist ein feindliches Ja aber dann schieß Ah da hinten Das sind die nicht Die sind da oben am Ganztor Da ist ein feindlich Ich schieß mal da drauf die im Ganztor Neben dem Ganztor da wo Martin da ausschießt mach die mal kaputt Boah Ein bisschen weit drüber geflogen oder? Hast du getroffen? Nein ich hab getroffen Bei mir hast du sogar drübergezogen Sehe ja wo dein Fadenkreuz ist Er hat ein Leben noch der feindliche Fahrzeug Nur ein feindlicher Fahrzeug bringt dir Punkte deshalb Du hast dort killen Dann steigst du gleich im Rang auf Der schießt gleich mal so und fahren Alter du hast nen Ziel Oh kacke Martins nochmal turn out Du kannst ja mit Maus noch turn out machen Bedeutet Wollen wir mal machen Dann guck dir da Komm ich raus Ja das ist aber geil Würde ich nicht machen Ja klar Abgeschossen aber trotzdem Du kannst auch viel mehr sehen Also spielst du eh zur Person dann ist dir egal Alter was gibt es da Linkskette Rechtskette Die Gun kann kaputt gehen Aber guck wie der abgeht hier auf so ne Wiese Alter im Wald geht der meistens am Wald fährt der übersetzlich Turm, Gun, Engine, Hülle Geht eigentlich Das ist überdomisch Weil die Ketten kann ja im Wald am besten passen Ja ey Wir greifen am besten Guck mal der Baum, der Dicke Piss dich Bist du irgendetwas verbuggst Also der macht gar nichts am Fahrzeug kaputt war Wir müssen uns ja nicht herausfordern Doch Hey da vor uns ist ein Gegner Da ist ein Gegner Hab ich schon Theoretisch Nein hab ich nicht Du hast ihn aber nicht umgebracht Steht da nichts Also fahr den Tannenbaum einfach Natürlich ist er Nein Jetzt ist er tot Das ging auf uns oder? Oder war da einer von euch? Ich schieß die ganze Zeit Jetzt hab ich ihn Wir wurden gerade beschossen ne? Fahr, 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 geht Gas! Hast du das Fahrzeug gesehen? Nein Links von der Straße so Von der Straße mehr so Von links weiter links Da zwischen den Gebäuden Ja da ungefähr kann das her dabei Da ist auch ein Riffelmann Schieß mal hin Ein Riffelmann Immer noch ein Riffelmann Du spinn mir Da Auto Ist auch gleich tot Achtung Achtung Mein Gott das fährt jetzt unter die Brücke rein Wo? Was macht das da? Was macht das? Martin dreht nach vorne Du kannst mit dem G leichter killen Mach voll daneben Martin baller auf dein Auto Ich seh nichts Ich hab ihn doch Darrell hat getroffen Aber Darrell schießt sich gar nichts Ja wir nehmen auch Na super You spinn me right on baby Idiot Warte 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 Mach das nochmal Jetzt Du bist Und sing auch Und sing auch Nein Ich schäm nämlich wenn du das aufnimmst Auf uns wird geschossen ne Martin der wohl Zwei Der Schienenpanzer Ey auf den Schienen Was ist denn da kommt der Fahrzeug Da kommt der Fahrzeug Ja da kommt Panzer Hau beschienen Hehe Fick mal eben direkt alles ficken Martin macht hier auch Spaß Ich weiß schon dass du einfach mal sinnlos Autos kaputt machst wenn wir da vor uns sitzen auch Ich bin Spieler ne Nein Quod Quod ist vor uns Ja Martin dann hau mal drauf Wo ist da was? Hau da raus da vorne Da steht da doch Der ist schon tot Hab ihn Das weiche Oh ja Da links von uns sind noch welche Wie viele sind denn das da? Der hat ein Repair Kit mit Da links schieß drauf Tot Ja 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 Martin Ja steigt mal aus und sammelt mal die Scheisse auch Hauptsache wollt Hey da vorne ist der AC-130 ne Ja Ja Ist so nur zier der Abgestürzt Nei das ist ein Brack Was ist denn der jetzt? Ah da Martin Du kannst erst noch die Leiche hier vorne looten Ja Eigentlich wollte ich gar nicht mit dem schießen Ich wollte eigentlich mit dem Gun schießen Egal Da steht da in der Luft Siehst du das? Da ist da Da Nein zurück nicht da drinnen Was ist? Ja Ein Licht Ernsthaft? Martin guck mal was das ist Genau geradeaus Da ist das deine Luft Ein Licht man Eine Batterie Die nehm ich mit Ist doch keine Batterie Doch take Batterie steht da Du hast noch was falsches aufgucken Wall Lamp Du noch mal drauf scrollen Wall Lamp Hab ich doch gesagt Licht Verstehen? Ja und fern haben wir auf der Straße Aber auf der Straße fern haben wir Der fährt jetzt vorbei Der haben die Hör auf nicht mal zu schießen Der Hamby fährt jetzt vorbei Der nein hab ich Der Hamby fährt dann ne Jo Die weiter vorziehen Hab ihn Das war ich Mann Nein das ist schon vorher gestanden Ja 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 Zufall egal also wo es explodiert steht da Dr.Pregner killt die Sandyspiegel Nur zur Info ich heiße nicht Dr.Pregner Ich heiße nicht Dr.Pregner Ich heiße Mikagin und so Ich steig jetzt nicht aus Oh Florian Oh nein fahr doch langsam Das war ein junger junger Wir warten jetzt mal ab So und da ist der Ah da ist noch ein Wachfahrzeug angezeigt Der lebt doch noch Direkt neben dem Hamby ist ein Fahrzeug Ist einer der rennt da rum Direkt neben dem Hamby Hinter dem Hamby Hinter dem Hamby sitzt der Der liegt neben dem Hamby Hab ihn Nein der lebt noch Der liegt immer noch Jetzt hast du tot Pass auf da kommt ein Auto Kommt ein Helikopter oder? Nein ich hab im Auto gehört Auch von links Ja wir werden entschlossen von dem Auto Da haben wir ihn mit einem G drauf Die drehen jetzt ganz schnell wieder um Nein Ich hab ihn Ich hab ihn Du bist rausgeschossen und der Fahrer liegt da Den hast du jetzt hinten Der Fahrer Der Fahrer Hauptsache ich und Martin streiten sich die ganze Zeit Weil ihn geholt hat Ja ich hab den Hier liegt einmal Geld wenn du aussteigen willst Ich hab eh alles auf Video Kannst du ihn dann selber sehen Willst du nicht auch Achso ja das liegt ja das Geld irgendwo Gerade auf jeden Fall Geld gesehen hast du Der hat mit dem MG da geschossen Wie sich alle mit uns anlegen wollen Lächerlich So unser Fahrzeug geht nicht mal an Nicht mal ein Kratzer ey Also kann Martin dann immer noch ein Fahrer sozusagen Ich kann aber auch Turnout Mach mal Ja mach mach mal Martin mach auch mal Turnout Einmal Sag komm wie Dara Der hält sich dann noch so fest Kannst du doch dann schießen dabei Nein Wär ultra unlogisch ey Turn in bevor ich sterbe Ich kann doch nicht mal hupen Alter Bin langweil Alter dann kann ich Wenn ich draußen bin Kann ich das MG richtig benutzen So mit richtiger Zielvisierung Und sonst Wenn ich drinnen sitze Dann hab ich so ein Rohr Da ist ein feindliches Fahrzeug markiert Ich bin immer noch Private Und hab keinen Tacken mehr an Geld gekriegt Ja wir machen die ganze Zeit nur Independent Kill Ich bin nur noch Minus Ich bin nur noch weiter Minus gegangen Woher weiß dass du im Minus bist Warte bleib stehen Also ich bin jetzt noch ein Pony Positiver aber Obso bei mir steht ja nicht mal mein Name Wenn ich auf I drücke Ist ja hässlich Ballerst du Achso da hin Soll ich eine Rakete hinzünden Dann bin ich jetzt Ja klar wir kriegen eh gleich Munition Ohohohoho Hat er feindliche Oh es fliegt es fliegt Guck mal Guck mal Guck mal Guck mal Guck mal Guck mal auf ey Guck mal weiter Guck mal bei euch auch mal rüber Ja du hast auf Band Jetzt gehts runter Jetzt gehts langsam Ganz langsam wieder runter Also Alter Jetzt gehts immer schneller Du bleibst mal stehen so in der Luft Ja Dann gehts dann Radar halt aus am Video Ja ist echt so Hm Mh Season lost Wir haben das Wekel nicht gelockt Oh warum schreiben die dir nicht vorher wat Al die dummen Huren Söhne ey Ich gehts mal rein rauchen Hauptsache nur weil wir keine 100$ zum Locken ausgegeben haben Ist richtig lächerlich war Richtig Richtig erbärmlich ey Nein 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 Wir waren gerade Wir waren gerade kurz davor jeden auf den Server zu zerficken Aber was passiert? Season lost Hätten wir einmal 100$ ausgeben Dann wäre unser Panzer jetzt genau an der gleichen Stelle wo er jetzt steht Wieso? 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 Wenn ich jetzt wieder rauf gehe und er schreibe Entschuldigung für den Rieschdasswand aus Versehen Ich schwörs dir Ich? Schwörs dir Wieso? 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 Okay Tschüss Tschüss Wieso? Wieso? Wieso?